So Freunde, hey, wir sind online, hallo! Es geht weiter auf der Hofbergmann. Wir müssen weiter pflügen. Der Kunstdüngerstreuer muss entleert werden, da ist noch der Dünger drin. Da muss nämlich Kalk rein. Wobei ich erstmal im Shop gucke, ob der Streuer überhaupt für Kalk geeignet ist. Und das kann man eigentlich direkt mal kurz machen, dann haben wir das erledigt. Düngetechnik, so, das ist er hier. Ach, wie man sieht, kann der das nicht. Dann müssen wir tatsächlich einen anderen Streuer noch kaufen. Der könnte das, der kostet 4000. Der kann beides. Dann kaufen wir uns doch den hier. Klein, aber fein. Aha. Okay, Dünger und Kalk muss man umbauen immer. Dann würde ich sagen, lass mal den anderen da. Und kaufen den hier einfach für Kalk. Und dann ist es gut. Es gibt einen Schnupfefarben. Ei. Nein, das sieht nicht gut aus. Okay. Ich würde sagen, so nehmen wir den. Ah, und der ist geliefert. Ich denke mal, geliefert zum Hof. Nein. Oh wei. Wo haben wir uns den hinliefern lassen? Das kann ja nur in die Hose gehen. Wo ist das Teil jetzt hin? Ah ja, wir werden ihn schon finden. Was ich noch machen wollte, ist den roten Traktor, die rote Pest zu verkaufen. Hier dieses Vieh. Das ist nicht so. Der kommt weg. Den fahren wir jetzt mal schön zum Händler. Wir halten nochmal beim Pflug an. Da fahren wir jetzt mal hin. Und wenn wir da angehalten haben. Komm mal da vorbei. Ja. Dann lassen wir den Helfer da weiterfahren. Und wir fahren den hier verkaufen. Dann lassen wir den Hose gehen. Ein Stück weiter. Ego. Hm. Drehen. Nicht zusammenklappen. So. Das sieht gut aus. Ich muss das Schild umfahren. Wir drehen jetzt mal. Wir fahren jetzt mal rein. Dann kot was ist gut. Aber dann wird das Sjudge. Ich muss das Kum Musik direkt fülle Bessin Das Feld hier links. Da bin ich, weiß nicht, ich guck da immer hin, das ist irgendwas Spezielles. Ob das Klee ist? Ich mag hier immer noch was davon hinbekommen. Das muss man mal checken. Ich glaube, das mäht man auch wie krass, oder? Ja, wo ist denn jetzt der Kalksteuer hin? Hm 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 hm. Warum wohin liefern lassen? Ich wissen auch. Dann können wir den ja verkaufen. So. Wo ist der? Der muss irgendwo vom Hof sein. Ich nehme mal die Geräte aus. Fahrzeuge aus. Jetzt klicken wir mal durch. Ähm, kann man übrigens mit der Tab-Taste machen, ne? Auf der Tab-Taste. Wenn das jemand nicht weiß. Wo ist der? Hm. Ah, da sind Geräte bei. Die Box. Das ist der große Schwein. Da. Tatsächlich. Jo, ok. Bei unserem Silo. Alles klar. Jetzt können wir mal schauen. Tatsächlich Klee. Was fällt jetzt Klee? Was macht man denn mit Klee? Klee, 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 Klee. Ich schätze, dass das mit dem Klee dasselbe ist wie mit Gras. Strom, Wechsel, Synage, Gras und Freude. Oh, ist das hier gerade so die Geld verdienen drin? Das ist ja auch mal ein bisschen wert, ein bisschen Geld zu verdienen, indem man einen Auftrag für einen Pendler und einen anderen Landwirt macht. Okay, direkt zur Klee. Wüsste ich jetzt nicht. Oh, jetzt kommen wir hier. Oh, müssen wir zu Fuß laufen. Jetzt sind wir eigentlich schnell genug für die Blitze. Von der anderen Seite kommen. Einmal vergessen. Renn, 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 renn. Ne, nicht schnell genug. Okay. Dann machen wir mal ein Spaziergang. Dann machen wir hier. Dein Kalkstreuer braucht auch keinen großen Traktor. Da könnte man das nicht stoppieren und ein bisschen spaziergang machen. Jetzt muss man mal schauen wie viel Power der braucht. So, das fällt hier an unser Helfer. So, ein Mitarbeiter hat das hier vernünftig. Oh, fast vernünftig. Geflügt. Hier ist er auch noch mal vorbei. Ne, hier waren wir vorbei. Es bleibt stehen. Schade. Okay. Okay. Ja, dann. So. Ja, bereitstellen uns. So, jetzt gehen wir in die Garage. Okay. Können wir eigentlich. Da gehen auch 3200. Dann müssen wir auch wieder gegen den Risch aufpassen. Dann gehen wir mal rüber. Der Steuer ist ja sowieso hinten. Der Heber kann man eigentlich mitnehmen. Und wir entladen den einfach. Dann kann man ihn einfach entladen. So ein I. Da bleibt der Wegwecker stehen. Dann kann man natürlich mit dem zum Hof fahren. So ein I. So ein I. Das sieht der aus. Nein. Ehe. 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 Also ganz schön. viel Arbeit, hier jetzt auch ein bisschen sauber machen das steht im Mähdrecher dann natürlich auch noch und morgen jetzt folgendes wenn die auch mal beide sauber machen aus aus die Maus so dann wollen wir mal die die auf die Seite Das ist schön, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Zauber oder nicht? Ich glaube, das bleibt. Ja, das war's dann. Zauber. Und ab. Ja, das war's dann. Da steht er, ja. Ich hoffe, wir sehen hinten gar nichts. Kommen wir mal runter. Kommen wir mal in den Spiegel fahren. So krumm orientieren. So. Ähm. Ich muss dann behängen rum. Ich muss dann eben den Traktor weiter. Nichts zu sehen. Oh, da ist er. Super. Wir brauchen einen Kalk. Der Kalk war auf dem Hof. So, wo da die Felder ja gepflügt sind, fahren wir da auch mit bereiten Reifen. Der Kalk. Der Kalk. Der Kalk. Der Kalk. Es ist ein bisschen unrealistisch, dass da drei Neubtonen reingehen. Wie kommen denn da 6,4 Tonnen rein? Stimmt das in der Beschreibung? Okay, wir fahren mit GPS. Automatischer Breite aktiviert. Das müssen wir uns jetzt mal vernünftig positionieren. Okay, ja kommt jetzt. A ist ganz schön knapp gefahren. Ich weiß nicht gerade. Aber tut so weit. Was der einsinkt. Was der einsinkt. Was der einsinkt. Das ist ganz schön schwer auf der Entlachse. Was der einsinkt. Was der einsinkt. Was hier drauf geht, ist ja unglaublich. Was der einsinkt. Kann man die Ausbringmenge hier einschalten. Kann man leider nicht. Was der einsinkt. Wir kommen noch einmal hoch. Und dann war es das. Was der einsinkt. Müssen wir nachtanken. Schmidt wieder einsinkt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, kann man das mit der Menge natürlich auch gestehen, wenn da so viel Kalk drauf geht für drei Bahnen. Da ist natürlich auch unser 7 Ritz-Fatze leer. Okay, also die Ausbringmenge für Kalk und Dünger ist total unterschiedlich. So, wir machen jetzt die Ausbring. So, das ist der Moment für Kalk. So, wir machen jetzt die Ausbringung von Kalk. So, jetzt, die Ausbringung von Kalk auf dem Kalk. So, jetzt, was es schon mal. So, jetzt, die Ausbringung von Kalk. So, jetzt, die Ausbringung von Kalk. Bis zum nächsten Mal. 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 Leider, leider. Aber haben wir wieder hergestellt. Läuft wieder. Jetzt lassen wir den Helfen noch zu Ende fahren bis unten. So, da war noch eine kleine Stelle, die musste, glaube ich, noch nachgedüngt werden. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt schauen wir noch wo unten, ob da alles vernünftig ist. So, sehr gut. Dann können wir den voll machen. Okay. 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 Dann fahren wir schon mal hoch zum zweiten Feld. Und jetzt mal gerade was testen. So, da fällt aber was auf. Die Musik ist weg. So, die Musik ist weg. Und das ist weg. Da fällt aber es, wie ihr seid. Und das ist weg. Und das ist weg. Das ist weg. Und der ist weg. Und das ist weg. Und das ist weg. So, hier können wir eh noch nicht anfangen mit Düngen, weil der ist mit Fliegen noch nicht so weit. Und deswegen, Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt mal was essen gehen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Stream. Macht's gut, bis bald.